Ja, da sind wir wieder ausgeruht, hoffentlich, und wieder bester Gesundheit. Ja, meine Stimme ist inzwischen wieder tauglich, um sie ein bisschen mit Aufnahmen zu quälen, wird auch langsam wieder Zeit. Ja, man muss sagen, Hannes war nämlich ganz schön angeschlagen, deshalb haben wir noch so ein bisschen gewartet. Also falls der Hannes dann mal zwischendurch sich räuspert oder hustet, dann sei es ihm verziehen. Ja, aber er ist halt echt dolle angeschlagen gewesen. Ist aber auch momentan überall, ne? Ich habe ja selber auch Ewigkeiten damit zu tun gehabt. Und dieser ätzende Husten hält sich ja wirklich bis zum Erbrechen, ne? Ja, ich habe vor Weihnachten damit angefangen und trotz hervorragender Pflege keine Chance. Das ist schon ätzend. Das wurde einfach nicht besser. Und jetzt habe ich mir mal ein paar Tage zu Hause gegönnt. Und wie du deutlich hörst, kennst du ja die Unterschiede, wir haben es ja zwischendrin schon ein paar Mal gesprochen, ist inzwischen wieder halbwegs vernünftig. Und ansonsten eine ganze Tüte guter Eukalyptus-Bomboms. Ja, nicht die zuckerfreien, die mit dem richtigen Zucker. Das sind auch die einzigen, die schmecken. Ich habe die ja auch immer, ne? Ja, und das bin ich auch immer die ganze Zeit so, hm. Ja. Wir haben auch irgendwie nie an Beliebtheit verloren, finde ich. Ja. Ja, für unsere Zuschauer. Du hast es ja schon in deinem Let's Play angedeutet. Ich habe mich überreden lassen, auf dem Server kurz nach neuer Industrial Overhaul zu installieren. Was auf der einen Seite sehr viel Begeisterung ausgelöst hat, bei anderen ein bisschen weniger. Es ist eine Herausforderung. Wir haben zusammen bei Frank seine Basis aufgebaut und wir haben zu dritt drei Stunden. Ja, gut drei Stunden haben wir gebraucht, ja. Ja. Und dann war sie so eigentlich im Groben fertig. Ja, und das steht uns jetzt hier auch bevor. Ja, wobei wir halt echt schon den Vorteil haben, dass wir Energie und alles schon haben, ne? Ja. Das ist halt echt schon super. Jetzt bei null anzufangen, das wäre interessant. Ah, du drehst am Licht. Ah, ich gucke gerade, weil ich will es nicht zu hell haben. Ja, aber so geht das nicht. Mach mal mal eins aus. Hast du das mit den Lichtprofilen gesehen? Nee. Du kannst ein Profil anlegen, was du dann relativ einfach den verschiedenen Lampen zuordnen kannst. Ja, okay. Da muss ich mal, da machen wir noch weiter. Also wenn man mal so eine optimierte Einstellung hat, dann kann man bei neuen Lampen einfach sagen, kleck, übernimm die bitte. Ja, sehr schön. Allerdings habe ich es selber noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur, dass es da ist. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das nutzen können. Ich gucke jetzt gerade mal. Ja, aber hier, ne? Ich habe das gerade mal die Raffinerie aufgerufen. Die bietet jetzt halt echt nur noch sehr spärliche, wenige Möglichkeiten. Und eigentlich nicht das, was wir so brauchen. Ja, müssen wir mal echt gucken, wie wir das jetzt machen, ne? Ich würde die aber, die Sachen, die wir hier so haben, würde ich so stehen lassen. Hinten im Maschinenraum. Ich nenne einfach mal so, ja. Ja, das passt, glaube ich, am besten in den Maschinenraum. Das finde ich, glaube ich, am idealsten. Was wir wahrscheinlich nicht brauchen, obwohl, das sind die Raffinerien, ja. Die kann man auf jeden Fall, die Industrieanlagen, also die Assembler, davon brauchen wir, glaube ich, nicht viel. Die können wir im Laufe der Zeit ersetzen durch die anderen. Ich wollte gerade sagen, die können ja nur wirklich ganz wenige Sachen herstellen. Da kannst du eigentlich sagen, da kann man dann zwei Stück auf jeden Fall wegnehmen. Ja. Ich habe mir so einen groben Plan gemacht, mit was wir anfangen müssen. Moment, ich hole ihn mir mal auf meinen Bildschirm. Ach, wozu auf dem Bildschirm? Produktionsanlagen, da steht so auch alles. Produktionsanlagen, wo sind sie denn? Welche wäre denn die erste, die wir brauchen? Produktionsblöcke. Wenn wir den Fabrikator schon bauen können, wäre das klasse. Warte, ich gucke mal. So, Fabrikator, das müssten wir vielleicht hinkriegen. Was für Anschlüsse hat der denn? Ich muss mal nicht die anmachen. Der braucht Elektromagneten. Naja. Ich glaube nicht, dass der Elektromagnet... Nur da einen Anschluss. Das ist ja kacke. Das ist wie der Standard der Assempler. Der ganz kleine. Also brauchen wir jetzt dann doch zuerst die... Wo ist er dann? Ich will immer Workbench sagen. Die heißt aber anders. So, haben wir den Aluminium. Aluminium. Im Survival-Kit kann man noch ein paar Sachen machen. Naja, das ist... Ja gut, Survival-Kit haben wir ja, ne? Das ist am Rover noch dran. Und oben ist ja auch noch eins. Genau, da haben wir noch eins. Assembling-Bench, genau, da ist er. So, aber ich gucke gerade mal. Also das andere müssten wir hinkriegen. Den... Die Assembling-Bench hat sowieso keinen Anschluss. Die ist... Die mag ich auch nicht. Das finde ich echt ätzend, dass die keinen Anschluss hat, ne? Das ist so... Die brauchen wir nur für den Anfang. Aber wir gucken erstmal. Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich passen mit dem anderen hier. Können wir Elektromag... Haben wir Elektromagnete? Ja, ich will gleich mal gucken. Bei dem einen. Ich weiß das gerade mal. Es fehlen nur Elektromagneten. Zur Not, wir haben ja gerade einen Wrack entdeckt. Zur Not holen wir uns das. Ja, können wir machen. Wenn du dich nochmal traust, mit mir mitzufliegen. Wenn du langsamer fliegst, gerne. Ja, ich bin doch schon langsam. Noch langsamer. Geh schon mal hoch und heiz die Triebwerke vor. Ja, mach das. Juhu, wir fliegen. Da kam jetzt noch ein GPS. Okay, warte, warte, warte. Dann guck ich mal. Also, wobei, jetzt reicht ja, wenn du es aktiviert hast. Dann musst du kurz das Inventar leer machen. Wahrscheinlich ist beim Ersten gar nichts mehr. Ja, das kann natürlich sein, ne? Oh, warte mal, ich muss ja gleich in die Kryokammer. Na? Gut. Ja, nochmal schnell aufladen. Futter und Wasser. Habe ich genug dabei. Ah, ich kann mal hochfahren. Das kann nicht schaden. Ähm. 75% Wasserstoff ist ein bisschen knapp. Hm, ich muss jetzt auch genau aufladen, aber ich muss erst noch futtern. Ja, sieht gut aus. Einer der Zuschauer hat, äh, unter deinem aktuellen Video heute geschrieben, ähm, also soll sich keine Sorgen machen. Die werden ja von Version zu Version besser. Und, ähm, ich kann ihn ja beruhigen. Ich habe ja noch eine zweite Figur, also einen zweiten Account. Und dann ist diese Version schon deutlich abgecreated und macht jetzt, ähm, ja, seit zwei Wochen perfekt seinen Dienst. Und noch eine neuere Version ist ja bei Frank an der Station. Hm, genau. So. So. Ready to take off? Ja, ich sitze. Hm, da fehlen jede Menge Einstellungen. Naja, das lösen wir unterwegs, das Problem. Äh, 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 ja. Okay. Nein, muss ich vorher lösen, weil... Was hast du denn? Ach, die... Ähm. Ich sing's gleich... Ich sing's gleich mal wieder. Die... Das Landinggear hat wohl verriegelt. Ei, 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 ei. Fahrer... Speichern. Entriegeln. Keine automatische Verriegelung, bitte. Und, damit's ordentlich wird, ausblenden. So. Kaffee leer getrunken? Ja, ich wär soweit. Okay. Ach, herrlich. Ich hab die Tage... Hab ich mal so aus... Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Hab ich garantiert seit... Ja, so knapp zwei Jahrzehnten hab ich da nicht mehr dran gedacht. Ähm, und zwar fiel mir dann so spontan ein, so... So Freunde von ganz früher. Und dann so so, Mensch, was machen die eigentlich? Ne? Was ist aus denen geworden? Weil dadurch, dass ich ja so alle Nasen lang umgezogen bin, hat sich das ja dann relativ schnell so verlaufen. Und dann dachte ich so, Mensch, im Zeitalter von Social Media findet man vielleicht den einen oder anderen. Und ich hab tatsächlich keinen einzigen gefunden. von damals. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das so dann vielleicht daran liegt, dass das so viele dann mittlerweile nicht mehr mit Social Media zu tun haben wollen. Hm. Oder dann halt so Fake-Namen. Aber es ist halt... War schon interessant, ne? War schon so, hm, okay. Ja, gut, wie... Ich weiß nicht, wir hatten... Vor allen Dingen, weil man ja immer denkt, ähm, man findet jeden und alles. Ah, ja, genau. Ja, gut, aber viele benutzen natürlich auch irgendwelche Synonyme, ne? Und es ist dann schwierig, dahinter zu kommen. Ja. Weil es ja schon mal manchmal ganz interessant, was haben die Leute so erlebt, wie haben sich verändert, na ja, was ist aus denen so geworden, aus jedem Einzelnen? Ist ja manchmal schon... Man weiß ja selber was mit einem halt in der ganzen Zeit ja auch passiert ist, ne? Wie viel sich halt verändert hat. Einer aus meiner ersten Clique, der hat mich über... diese Berufsportale Xing oder wie sei es... Ah, okay. Da hat er mich gefunden. War mir das schon schlecht? Ich weiß nicht, was du vorhast. Du machst nicht wirklich langsamer. Das ist immer noch nicht... Ja. Also es hat sich nicht viel verändert. So, jetzt gucke ich mal, wo ist denn jetzt hier dieses... Ah, es ist okay. Das sieht so aus jetzt... Das sieht noch einsatzfähig aus. Ich wollte gerade sagen, das werde ich jetzt nur mal ganz kurz... ein bisschen anflexen. Ah, ja. Und dann... Wie immer ist es Fahrwerk. Ah. Ich werde das auch ersetzen. Da ist ein... Aber du kannst das Fahrwerk doch deaktivieren. Ja, das... Die Collision-Box ist immer groß. Das ist so schön, wie es aussieht. Die Beine, die so... Okay, das ist ja kacke. Die Kollisions-Box ist... Schraubt dann immer irgendwo lang. Ja. Das ist natürlich echt nervig, ne? Wenn das so doof gemacht ist. Machst du eine technische Überprüfung? Ich suche... Den Autopiloten. Das hat ein Autopilot, weshalb es sich nicht fahren lässt. Ähm... Oh, da ist ein Roboter ausgestiegen. Ja, und der Server hat sich gerade eben mit einer... Fatalem Error abgemeldet. Was du auch deutlich siehst. Ein Verbindungsproblem. Ah, okay. Das ist ein cooler Cliffhanger. Ja. Das ist dann so extra... Also, ich habe keine Chance. Der hat jetzt einfach nur die Dialog-Box. Ähm... Fatal Error. Needs to close. Ja, dann würde ich sagen, ähm... Ja, machen wir dann für heute schon mal Verschlüsse. Ja, ähm... Sorry, Leute. War eigentlich für länger geplant. Naja, dafür haben wir jetzt... Mal ausnahmsweise eine kurze. Bis dann. Und tschüss. Ciao. Chau. So.